Hey, jetzt kommen die Hero Turtles, super strikte Hero Turtles, jeder kennt die Hero Turtles, immer auf der Lauer. Sie sind echt ein ultra-heißes Team, na loko, wenn sie gegen Angst umschrecken, sie ist auch in Sache, sieht's wirklich mal bitte aus. Die Turtles-Jungs holen dich da raus. Herzlich willkommen meine lieben Freunde zu einem niegelnagel neuen Let's Play. Es sind die Teenage Mutant Ninja Turtles aus dem Schatten heraus. Dieses Spiel ist genau heute rausgekommen, ich muss es mir sofort kaufen, ich bin total heiß drauf gewesen. Ich bin ja riesen Turtles-Fan und ich hoffe, dass dieses Spiel mir gerecht wird. Wenn ich mir jetzt hier in diesem Startbildschirm die Figuren angucke, ich bin ja ganz großer Donatello-Fan, aber der guckt irgendwie ein bisschen grimmig und der hat da so um die Fresse herum ganz komische Zähne. Naja, neues Spiel starten. So, ich hab's noch keinmal angehabt, das ist jetzt wirklich das aller, allererste Mal. Einleitung, der Drink, der Kick. Wenn du einen Energydrink verbrauchst, füllt sich nicht nur deine Blockanzeige, sondern du bekommst auch einige Sekunden lang einen Unbegrenzung. Ja, fick dich, das sind einfach so Zusätze, interessieren mich gerade nicht. Ich denke, wir sind nahe. Ah, wir müssen lesen. Was ist das Sound? Gibt leider nur auf Englisch. Ich glaube, das ist angelehnt an die neue Nickelodeon-Serie, die es gibt. Obwohl, nee, die sieht hier ein bisschen anders aus. Ach, ich muss April spielen? Okay, grafisch. Grafisch muss ich sagen, finde ich unheimlich gut. Ich hab noch gar nichts großartig eingestellt, übrigens. Vielleicht müsste ich mal, ähm, danach ganz kurz gucken. Ähm, da, 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 Tipps. Ypsel und Feuerbild. Nee, es gibt nur hohe Anzeige und mehr gibt es nicht. Ja, gut. Dann, äh, geht es so weiter. Ja, gut. Was machen wir mit Mykies Pizzas? Alter, was geht denn hier ab? Okay, das Spiel steuert sich eigentlich ganz gut. Sieht jetzt auch echt nicht scheiße aus, nicht grandios, aber... Gut, da geht es wohl nicht weiter, also hier lang. Ich spiele jetzt mit dem Xbox-Test, weil ich davon ausging... Du hast die Kraft, um es zu machen. Plus, wenn du nicht, glaube ich, dass das Wasser die meisten der Flamen ausbauen wird. Ah, okay. Alles... Oh, entschuldigt bitte. Damit hat ja keiner gerechnet. Die Kamera stellt sich nicht von alleine irgendwann mal nach. So. Los, April. Oh. Es klömmt. Und jetzt heulen, oder was? Jetzt am Affen. Okay, alles klar. Okay, die Laufanimation ist alles so nett. Wer ist da? Zeit, um die Kavalier zu telefonieren. Komm her, das ist Donatello. Ich kann nicht auf den Telefon kommen, aber... Wer ist denn da? Hier ist nichts. Ah. Hier geht's. Hier geht's. Ja, los. Hier geht's. Also gut. Hä? Warum geht's hier denn da nicht hoch? Ah, vielleicht soll ich da durch. Okay. Aber, dass man nur springen kann, wenn's angezeigt wird, ist ja auch ein bisschen blöd. Oh. Da bin ich, äh... Gefistet worden. April? April, are you there? Schade, dass es das nicht mit deutschen Synchro gibt. Das, das finde ich echt schade. Das, das ist ja auch ein bisschen blöd. Earlier that day. Guys, check this out. A boot. Not your best invention, Donnie. Not just the boot. What's in the boot. April's feet, normally. Right. And I go, like, everywhere. So, Donnie built these tiny transponders to keep track of everywhere I go in the city. It'll help us map everywhere we've been running into bad guys. I like it. Nice work. I can also track my daily memory, so. That's cool. I will admit, that is cool. Huh? What? There's gang activity being reported all over the city. And all robberies of buildings. What kind of buildings? Scientific buildings. Labs and equipment. There's one going on right now. Okay, let's get on it. Hm. Is natürlich auch wieder der leichteste Weg, eine Geschichte zu erzählen, indem man einfach nur so... Oh Gott, wie sehen sie denn aus? Ähm, der leichteste Weg, eine Geschichte zu erzählen, einfach nur in Standbildern. Find ich so schade. Das wird grad schon ein bisschen lieblos. NYC-Karte, New York City-Karte. Wähle die nächste Mission oder spiele online. Donnie erforschen und entwickeln... Ach so. Sieh dir die Werte der Charaktere an. Werkstatt. Neue Angriffe, die im Dojo trainiert werden können. Das ist wiederum ganz cool jetzt hier. Also, wie ihr seht, ich... 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 Äh... Lern's auch gerade erst kennen. Also, Donatello ist so für mich der coolste. Ach so, ich brauch erst Verbesserungspunkte. Ich hab natürlich... Keine Verbesserungspunkte. Sieh dir die Werte der Charaktere an. Das sind einfach nur Standard-Moves, ja? Schalter einen neuen Angriff frei. Kann ich noch nichts machen. Okay, gut. Kann ich alles nichts machen hier? Äh, alles nichts machen hier. Ninjas im Training. Uhuh. Let us begin your training. Beginn mit dem Training. Angriffsliste. Freestyle. Team-Training. Ach, wisst ihr was? Scheiß auf Training. Ich geh jetzt direkt an die Mission. Dann, dann lerne ich das doch kennen hier. Macht doch keinen Sinn. Äh, Kampagna. Mission fortsetzen. Ich... Wie? Ich darf nur ihn spielen? Oh nein, ich will Donatello spielen. Was soll denn das? Wenn ein zweiter Spieler jetzt mitspielen würde, dürfte der einen anderen spielen? Nein, ich will nicht Leonardo spielen. Guckt euch doch mal diese Hackfresse an. Oh. Äh. Turtle auswählen. Bestätigen? Nein, ich will... Alter. Komm, gib mir einen anderen. Ach, es geht nur er. Na gut, scheiß drauf. Dann spiele ich halt Leonardo. Bruderliebe. Die Turtles beeinflussen sich gegenseitig. Keiner von ihnen kann ohne seine Brüder sein Bestes geben. Durch Teamverbesserung kann jeder Turtle seine Stärken mit dem Team teilen. Zum Beispiel Mike's Tempo und Raph's Widerstandskraft. Ja, aber ich will Donatello's Bow. Ne, der starb da. Ach, ich mag Leonardo gar nicht so. Ich gehör da zu den wenigen, die wahrscheinlich nicht gern den Anführer spielen bei den Turtles, sondern wirklich lieber Donatello. Ist doch cool. Ist doch cool. Oh, wie sehen die denn aus? Hm. Yeah. Ihn hier. Der ist mein Favorit. Aber wie sehen die denn aus? Bitte. Es gab hier auch noch dieses Teenage Mutant Ninja Turtle Spiel vor dem TMNT Film. April, wir haben Mitglieder der Purple Dragon Gang gespottet. Okay. Die Reportage waren von armen Gangs in einem Konvoi von so einem Kind. Wir sollten wissen, was sie bewegen. April thinks the hijackt truck is heading to this tattoo parlor. All right. We need to get down there and take a look. You know, I've always kind of wanted a tattoo. You know, like Chuck this. Or maybe a skull. Raph, do you think a tat would make me look tougher? Absolutely, Mikey. Ink is the key to outer toughness. And hey, maybe Don could go too and get a big heart that says April. Not listening to you. La, 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 la. Guys, cool it. Let's go. Okay. Jetzt geht's also los, ja. Spring. Warum will er da nicht springen? Achso. Na gut, ist zu hoch für ihn. Pussy. Okay, so kann man fighten. Was kann ich hier rauf? Nichts. Hier springe ich. Da trete ich. Da werfe ich einen Shuriken. Kann ich irgendwie den Turtle wechseln? Was ist das denn? Ha, ist ja geil. Alter. Guck mal auf die Augen. Noch mal weg. Und jetzt hier. Chuck. Da ist er wieder. Der Killer Turtle. Okay, hier kann ich auch nicht runter. Mann, was soll denn das? Ach, nur an gewissen Stellen kann ich runter. Okay. Ich will jetzt ein paar Leute vermöbeln. Darf ich jetzt ein paar Leute vermöbeln? Ich will jetzt Leute kaputt hauen. Das Spiel kostet übrigens gerade, oh, lass mich nicht lieben, 12,99 oder 14,99 im Steam Shop. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass ich die Zeit habe. Einfach erst mal drauf hauen. Einfach metzeln. Bam, bam, bam. Ah, okay. Kreis oder weh halt hier zum Kontern. Und die lösen sich auf. Okay, einfach erst mal drauf hauen. Wo gibt's noch einen? Da gibt's noch welchen. Du erinnerst, dass du dein Trainings verstanden hast. Du stehst da, Eternal. Das ist aber kein Special. RT. Okay, einfach RT und den Stick von links nach rechts ziehen. Das ist jetzt nicht so Special, ne? Da habe ich schon einen härteren Moves gesehen. Die Wehren sich jetzt ein Stück. Oh. Da wär's nur, ich bin jetzt immer zu kontern. Warn, warn. Aber da ist noch einer. Komm, geh drauf, Digga. Komm schon. Mach kaputt, was ich kaputt mach. Oh. Also ich weiß noch nicht, wie ich alle Moves hier mache. Gebe ich eher zu. Schnappel ab. Okay, das war's. Na, gucken wir mal, was ein Truck ist. Noch mehr Punks. Es können auch zwei Angriffe gleichzeitig kommen. Sei bereit, um zu kontern. Drücke zweimal für einen Doppelkonter. Okay. Ja, okay, das war ja easy. Aber das war wahrscheinlich nur Zufall, weil es im Tutorial war. Warten wir mal ab. Äh, nichts. Wir sind alles gut hier. Alles quiet. Körg' auf. Definitiv keine Turtles hier. Ah, okay. Aber wir können niemanden mit dieser Operation interferieren. Äh, nein, Herr, wir können sicher nicht. Ich bin auf dem Tattoo-Joint auf Elm Street. Sorry, there is something strange going on down here. Send a patrol car. So. Immer noch steht da Y für einen Tritt. Drücken. Drücken, drücken es mal, damit es weg ist. Let's cut through here to the next alley. That smells awesome. Pizza! Stay focused, Mikey. We gotta catch up to those purple dragons, bevor sie stehlen, whatever it is, they're after. Oh, we can't get a pizza to go. LT, äh, zum Blättern durchs Inventar. Linken Trigger. Aha, hab ich Druck gedrückt? Ach, scheiße, nee, linker Trigger, ich Idiot. Wurfstern. Hä, bin ich voll blöd? Ich geh mal davon aus, ich soll hier nicht gesehen werden. Okay. Okay. Get down, guys. Behind those dumpsters. Wait. The heck was that? Did you see that? Okay, they're leaving. Hey, look. There's a purple dragon headed down the alley. Aw. The poor guy's all by himself. He's mine. Turtles wechseln. Wechsel jederzeit zwischen Turtles. Das ist im Kampf sehr nützlich, um große Kombis zu verketten. Um Team Wirbelangriffe zu kontern. Drücke um... Also rechts rechts drücken. Na, endlich. Must always be unseen. Im Tarnmodus bleiben. Chick, 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 chick. Oder wenn ich Raphael gar nicht spielen will. Aber egal. Ein Tarn-K.O. Ha. Alter, so kann ich jetzt endlich ihn spielen. Na, endlich. So. Machen wir nochmal einen Tarn-K.O. mit ihm. Oh. Oh, ja. Ich stehe eh mehr auf dem Krawai. So. Mal hier so einen Specialangriff. Hä? Ach, RT. Ja. Warm. Nice. Ja, sie sind Freunde. Take care of these guys and let's head to the higher ground. Kann man nicht, ähm... Die Kamera wenigstens mal ein bisschen umstellen. Dass die sich wenigstens immer hinter den Charakter befindet. Hier wir gehen. Wham! Bam, 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 bam. Okay. Jetzt war noch nichts platt. Kann ja nicht sein, dass die Kamera sich jedes Mal... Muss man doch verstellen können. Controller. Was? Ach so. Gibt's nicht. Schade. Also Kamera, von mir jetzt schon ein großer Kritikpunkt. Hang on. I have to pretend... Turtle Power K.O. Wenn dein Kombo 10 Treffer erreicht, ändert sie die Farbe und zeigt damit an, dass du ein Turtle Power K.O. durchführen kannst. RT halten plus X. Okay. Unleash your power. Ah, man. Was tanzt er denn hier so rum? Kann ich hier hoch? Was war das denn? Ich bin gerade durch den Bus geglitscht. Hallo. Ach, spiel ich irgendeinen anderen einfach, bis es weitergeht. Was soll denn der Scheiß? So, ich will ihn spielen. Ah, der wird dann schon wohl irgendwie hinterher kommen. Also das Spiel ist noch nicht so ganz bugfrei. Wie gesagt, heute erster Tag. Aber eigentlich darf das... Ähm... Darf das nicht sein. Ich bin kein Freund von wenn... Spiele... ...schon gleich im... ...im ersten Spiel... ...also so Bugs und Fehler aufzeigen. Oh, wow, 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 wow. Das geht ab. Heiliger Strohsack. Sie sind großartig. Aber... ...aber du wirklich nur sagst, holy Katz? Die größer sie sind, save es. Das hat irgendeiner abgerübt. Oh, Spezial-Kontern. Manche Gegner haben mächtige Spezialangriffe. Um diese zu kontern, musst du die Turtles... Äh, musst du die Turtles Spezial-Konter-Verbesserung-Fähigkeit freischalten. Ausweichen ist dir immer eine gute Möglichkeit. Achte auf das grüne Leuchten um ihn. Ja, aber wenn die Kamera jedes Mal so potig ist... Turtles-Power! Oh, ja! Oh, ja! Das könnte ich, glaube ich, auf Donatello wieder wechseln. Da ist er. Stufenaufstieg. Mit jedem Stufenaufstieg erhältst du vier Fähigkeitspunkte. Um diese kannst du neue Angriffe-Fähigkeiten über den Werte-Bildschirm freischalten. Drücke dafür sowas wie Start. Werte. Yeah! Stufe 2. Also kann ich jetzt hier... ...da was drauf geben. Was hat er da? Äh, mehr Punkte hat er nicht? Okay, bist du sie verlassen durch deine Ausgebildete Hörstung? Nein! Punkte anwenden. Ja! Habe ich jetzt einfach mal gemacht. Ach, hier hätte ich auch noch. Ach, hier hätte ich noch viel mehr. Ach. Da kommt ja noch ordentlich was zusammen. Dieses Demütigen verstehe ich nicht. Ja, wir sind da. Du hast noch ein Ort? Ja, nächst Rendezvous auf Windsor. 8-11 Windsor. Copy that. Okay, copy that. Aber was ist da? Aber was ist da? Was ist da? 8-11 Windsor? If I had to guess, it's their next stop. Their next take down. Hey, isn't that April's apartment building? Yes. Yes it is. Okay, you remember, it has that staircase all the way up? Let's go that way. We can get over to their rendezvous faster and stay out of sight. Oh yeah! Die Kamera könnte ein Stück weiter hinten sein. Echt so ein klitzekleines Stück. Oh, Kalorien. Der Beat, der im Hintergrund läuft, der ist ganz nett. Das hat's jetzt ein bisschen geleckt. Alter, wie hoch muss ich noch? Das ist doch Leute, Verdummung. Wir sind hier zu lange. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Ist doch gut. Digga. Achso, ich soll da rüber. Okay. Soll ich nicht runter, wie es aussieht? Oder hier ist eine Leiter? Ah, ne. Wo? Wo soll ich jetzt hin? Ähm, hallo? You know, pizza isn't just a thing. Mir wird's nicht angezeigt. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin soll. It's a world. You can put anything on it. There's pepperoni, sausage, bacon, onions, shrimp, pineapple for some hawaiian flavor. I've never been to hawaii. Jetzt hielt er mir hier was rüber, rüber. Ey, der ist genauso bescheuert wie vor des Gabens, oder was? Okay, also die ganzen Moves sind ja ganz cool eingebaut. Aber wie gesagt, das ist alles ein bisschen zu eng dran. Jalapenos. Kaufeños. 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 Ja, endlich. Ja, ich komme nicht so ganz schnell ran mit dem Konzern. Das ist ein bisschen zu... Das ist ein bisschen zu... Wie soll ich sagen? Das ist ein bisschen zu... Das ist ein bisschen zu... Oh, ja! Komm schon näher, Dragonloser! Oh, das ist ziemlich schwer, oder? Scheiße! Willkommen zum Stab! Counter! Was ist der jetzt im Arsch? Alter, wie viel haben die denn an Energie? Letztes ab! Bam! 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 Jetzt hätte ich B drücken sollen. Das habe ich auch gemacht, aber das hat es gebracht. Das hat einfach rein gar nichts verändert. Win! Win! Was ist das? Jetzt... jetzt hat es was gebracht zum Counter. Zeit für ein Staff-Meeting! Oh, ja! Ja! Das ist der Turtle-Way! Okay. Dann weiter hier. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, Leute. Aber ich meine, das Spiel kostet nicht so... Ist nicht Vollpreis, ja? Aber trotzdem, das sind doch so ein paar Sachen, das musste doch beim Spielen auffallen. Dass es uncool ist, eine Kamera zu haben, die man permanent selber nachstellen muss. So eine gescheite Kamera, die immer mal hinterher fährt. Ist so viel für die gewesen. Es ist das TCRI-Bilding. Was ich nicht herausfinden kann, ist... Diese Firma gehört zu diesen Alien-Geräusern, richtig? Der Krang. Oh, ich liebe diese Leute. Also, die Purple-Dragons kennen das auch. Warum würden sie die Alien-Geräusern verhören? Da unten, der rennt doch schon wie so ein Krang-Typ. Habt ihr... Also, ich hoffe einfach mal, ihr habt schon diese neue animierte Turtles-Serie gesehen. Die ist unheimlich gut. Wenn man überlegt, dass es eine Kindersendung ist. Aber selbst da sehen die Turtles nicht so scheiße aus. Ich verstehe nicht, warum die hier so schlecht aussehen. Das ärgert mich echt. Was soll man machen, ne? Was soll man machen? Wo soll ich denn jetzt lang gehen? Ach. Diesmal wurde es einfach nie angezeigt. Ist auch cool. Shhh, warte! Da liegt zwar einer, aber sieht doch keiner. Die können wir doch sicher alle leise ausschalten, oder? Shhh. Shhh, shhh, shhh. Ja. Renne doch noch weiter nach vorne, du Idiot. Oh, du bist so ein Spaß, ne? Du bist so ein Spaß, ne? Jetzt geht's los. Oh, du bist so ein Spaß. Oh, du bist so ein bisschen. Wie geht's? Oh, du bist so ein Spaß. Das ist nur ein Spaß. Du bist so ein Spaß, aber du bist so ein Spaß. Immer noch nicht platt. Oh, da kommt noch mehr. Glaubt man das? Versuch, die Laser mit deiner Waffe zu blocken. So ein Stapel ist ja was ganz feines. Knack. Knack. Und der da vorne kriegt nichts mit, ist richtig. Okay, das ist jetzt albern, echt mal. Also da haben sie jetzt gerade mal ein bisschen ins Klo. Ist der jetzt kaputt? Wenn der Laser hier liegt, kann ich sie nehmen? Schade, geht nicht. Ich stehe auch total auf diese alten Turtles-Filme, wo echte Menschen waren. Und ich freue mich ehrlich gesagt schon auf den Turtles-Film von Michael Bay, auch wenn man es nicht glauben mag. Auch wenn der da wahrscheinlich dieses ganze Turtles-Franchise ein bisschen durch den Kakao zieht, weil er die Turtles als Außerirdischen darstellen möchte, soweit ich das weiß. Ähm, und das ist eine Sache, die geht natürlich eigentlich gar nicht, ne? Die geht gar nicht. Wer sowas macht, gehört eigentlich Glück. Trotzdem bin ich mal gespannt, wie dieser Film dann kommt. Also ob er mir gefallen wird. Den Computer-Animierten fand ich auch großartig. Was mir nur nicht so gefallen hat, und ich glaube, das ist für einige vielleicht nicht nachzuvollziehen, war die Serie, die es damals gab. Es gab ja diese Serie mit, mit Bebop und Rocksteady und so. Und die gefiel mir lange nicht so gut, wie die echten Filme. Ich habe die Serie sehr wenig gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich fand die immer so kindisch. Während ich die Filme halt immer besser fand. Auch der Zweiten hier mit dem Kino. Wie hieß der Kino? Ja, ich glaube. Das war so ein chinesischer Junge, der da einen Freund vor der Fall ist, dass er so Pizza bringt. Und so eine schöne Szene am Anfang, wo Kino die Pizza bringt und, äh, Michelangelo dann zwei Würstchen in die Hand nimmt und sagt, yeah, Ninja-Kampfwürstchen. Und dann ketzt er damit. Also, man muss drauf stehen, ne? Das ist schon ein bisschen trashig, aber es ist geil. Ah, und da ist er weg. Und der letzte. Ah, schon wieder aufgelabelt. Bullerei. Die Top-Möbeln war man sicher nicht, ne? Die Top-Möbeln-Dragons, Aliens, jetzt Köpfe. Was ist next? Giant Roboter? Shuriken werfen. Die Turtles können Shuriken auf weit entfernte Ziele werfen und auf, äh, zu schnelle Lieferwagen. A, B zum Werfen. Hallo? Ja, ich weiß. Okay, den steuere ich jetzt nicht, das ist gescriptet. Er entkommt. Also, ich hoffe, ihr könnt alle mitlesen unten. Ich hoffe, dass die Untertitel gut zu sehen sind im Video. Ich kann sie gut sehen. Aber, ähm, das ist immer ein sehr angenehmes Englisch, muss ich sagen. Also, ich brauch die Untertitel Gott sei Dank grad gar nicht. Und wenn ich das sage, dann heißt das schon was, weil mein Englisch echt für'n Arsch ist. Bounce, bounce, bounce. Oh, fuck. Scheiße da, hab ich den Special schon versorgen gehabt. Hätte er schon wieder RB. Aber die Steuerung ist irgendwie ein bisschen aufgeworfen. Also, das klingt alles so negativ. Ich muss es leider sagen. Also, ein paar Sachen sind hier nicht so ganz ausgereift. Hier alleine, das hier schon wieder sowas, ne? Seht ihr das? Das muss doch nicht sein. Das ist doch unnötig. So. Ach, da hinten geht's weiter. Ich kämpfe doch nicht auf den Schienen, so weit kommt's noch. Ja, was soll'n' das? Piss dich, Raphael. Wann blockt der mich? Also, ich glaube, hier werden noch ein paar Updates kommen für das Spiel. Shh, wait. Mal gucken, der oben kriegt mich doch nicht mit. Das ist doch so ein Ticker. Wenn die unten mich sehen, ist ja Latte. Aber eins schon aus dem Weg räumen. Schon die halbe Miete. Shh. Friss das. Friss das. Friss das. Oh, jetzt sind die Kameranzhunde dran. Seht ihr, was ich meine? Jetzt muss ich erst rumdrehen, wenn ich wieder halbwegs von mir bekämpfen kann. Der ist wenigstens ganz platt. Okay, der ist ganz platt. Also, ich hau' im Großen und Ganzen hau' ich gerade wirklich nur drauf, ne? Oh. Ich hau' wirklich nur drauf. Ich blocke nicht. Ich mach' einfach. Hier geht's wahrscheinlich nicht weiter, hä? Unsichtbare Wand. Ja, sowas ist doch auch schrottig. Gehen wir nochmal hier rein. Verbinde gleiche Terminals, um die dritte zu kreuzen. Nimm beim Verbinden Ursymbole für extra Zeit mit. Beim Verwenden... Ach, du Arzt, ich muss das nicht machen. Ach so, scheiße. Okay. Ah, okay, easy, easy. Man muss es aber erst mal verstehen. Wow. Ah, Foot Gang? Was ist das? Das sind Symbols der Foot Coins. Ah, Foot Clan. Das ist immer Foot Gang. Das ist nicht so, dass man nichts von mir in den Trauen hat. Wir können unsere eigene Subway-Line haben. Ich kann ja mal kurz gucken. Ich hatte doch nochmal einen Aufstieg. Äh, schalte neuen Endangriff für Donnies Waffenangriff frei. Was haben wir hier? Schalte neue... Ach so, okay, ist immer das Gleiche. Ähm. Was haben wir denn hier? Stufe 3. Wo stehen denn meine Punkte? Wo ist er denn nichts wert? Und er hat mehr Stärke und Widerstandskraft. Das ist ja schon mal cool. Und dann muss ich mich hier für was entscheiden. Aber mehr Sachen habe ich doch nicht, oder? Ah doch. Ich hau jetzt einfach mal gerade sinnlos drauf, merke ich gerade. Ist egal. Was haben wir denn hier noch? Teamangriffe. Langstreckenplan. Ein langes Fähigkeiten bei der Waffenherstellung. Und ein Töttel ist jetzt von ihr auf Waffen geschlossen. Klar. Klar. Alles... Irgendwie kann ich viel zu viel machen. Ist egal. Machen wir. So. Zurück. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, wenn ich jetzt einen anderen Töttel wähle. Achso. Hört. Und mach jetzt hier mal Start und Werte. Wo steht er denn? Auch Stufe 3. Ach, scheiße. Ich muss die aufteilen. Sonst kriegen die anderen Turtles davon nichts ab. Ich möchte weiter als Donatello spielen. Donatello. Danke. Sch, warte. Ich dachte, wie großartig es wäre, wenn wir ein Baby gefunden haben, und wir hatten ihn zu erheben, und er hat ihn zu erheben, wie ein Mann von Turtles zu erheben. Und er sprach unsere Sprache. Wir sprechen Englisch, wir spielen Videogames. Das ist eine Tragedie. Du beschreibst eine Tragedie. Eine wunderschöne Tragedie. Pizza. Pizza. Ich meine, poor Pizza, aber trotzdem. Wollen wir einfach reinhauen. We got company. Let's go. So. Einen holen wir uns so. Und der Rest putzen wir. Für Ninjas reden die ganz schön viel, ne? Ich sehe nichts, aber ich glaube, das ist auch nicht geil. Das war einer von den Special Moves. Gott sei Dank ist da die Kamera mal wieder ein Stück weiter rausgefallen. Ach so, wir können auch mal so einen Special Move machen. Dann die Purple Dragon die die Aliens schreiten. Ja? Was ist das, Leo? Die Purple Dragon die die Thiefwerk für die Fuß. Seit wann das passiert? Sie haben nicht immer für Schredder gearbeitet. Was willst du? Es ist nicht so, dass wir uns in ihre Gespräche Vielleicht hat er ihnen gewaltige Purple Scarfe. Vielleicht ist er ziemlich gut bezüglich. Jeder hat einen Preis. Der Preis ist zu hoch. Ich habe jetzt gerade echt gut geputzt. Ja, ich putze sie los. Oh, shit. Ich wollte eigentlich einen Wurf mehr machen. Aber wann werfe ich den immer auf meine Leute? Tschu. Ja, kommen jetzt sicher 20.000 raus. Oh. Es kommt... Oh, oh, oh. Hart, hart. Hartarsch. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt um Flank schneller oder schlauer sind als die, die eben hier waren. Glaube ich einfach nicht. Die sehen einfach nur anders aus, weil jetzt einem Kleinkind ein bisschen Eis machen. Ich habe Angst. Ich bin ein kleines Kind. Aber nee, jetzt mal ehrlich. Das ist im Grunde genauso stumpf ist gekloppt wie früher bei Tuttles & Time. Irgendwie hatte Tuttles nicht so einen Charme. Du bist immer noch nicht so ein Charme. Ja, Crouching Turtle, Hidden Brain. Welcome to the Staff. Keep it coming. Sock, Bombs. Aber diese Species sind schon ganz nett. Was ist das? Oh Gott. Also die kann man sich echt mal gut angucken. Die sind teilweise schön anzusehen. Dieser Stepkick und so. Ich mach jetzt nochmal einen hier. Ah ok, der war zu easy. Und auch irgendwie zu höhere. Du hast ab auf die Schienen mit dir. Oh, alle weg. Ich hab sie nie gesehen auf einer Karte. Komm schon, es muss sich auf die Schiene des Subway zu veröffentlichten. Veröffentlicht, aber nicht schrecklich. Aber schrecklich hat Schredder eine ganze Schiene von allen anderen. Es ist sein eigenes persönliche System. Ach, wie war das? Nein, keine Rieske. Sie erzählen uns das, warum? Well, sie könnten eine schreckliche Fettsoldier-Underground-City haben. Sie könnten Fettsoldier-Malls und Fettsoldier-Boutique haben. Ein Fettsoldier-Movie-Theater. Fettsoldier-Kiosk, verkaufen Fettsoldier-Selfon-Coverse. Komm schon zurück, Mikey. Pizza. Ich meine, vor Pizza, aber trotzdem. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Das ist ja toll. Hier geht's nicht weiter. Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Habe ich irgendwas... Habe ich irgendwie nicht aufgepasst? Soll ich mit dem Zug fahren? Ach, ich soll mit dem Zug fahren. Die war auch im neuen... Ich weiß es nicht. Die MNT-Firmen. Zeit für ein Staff-Meeting. Wo? Behind you. Willkommen zur Staff. Oh. Ich habe es nicht gesehen. Oh, hier. Du warst gar nicht. Du warst gar nicht. Ich habe nicht gehört. Ich habe nicht gehört. Willkommen zur Staff. Ja, die Routen-Türtel-Hidden-Brain. Wow. War gar kein Special-Meer. Behind you. All right. Was war ein Special-Meer. Was war das denn? Oh, yeah. Was war das denn? Okay, war auch immer ganz nett anzusehen. Ich weiß gerade nicht, wie ich das gemacht habe. Okay. Wie ich den gemacht habe, weiß ich. So. Ich sage die ganze Zeit gerade nichts. Ich lasse das gerade auch nicht wirken. Und das solltet ihr vielleicht auch mal tun. Was ist das hier gerade? Ist ein Brawler, ja? Ich wende hier jetzt durch die Gegend und habe jetzt einfach blau einfach. Ich kämpfe hier. Und das ist auch alles nett mit den Turtles, aber es fühlt sich nicht an wie Turtles. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich hatte um Länge mehr Spaß mit dem Vorgängerteil. Also, das war ja nicht mehr der Vorgängerteil, sondern das Spiel zum Film, also zu dem Computer-animierten Film. Da hatte ich echt Spaß mit. Oh, jetzt muss ich langsam mal die Kontertaste einsetzen, wa? Oder ich mache einfach hier mal ein Fenster auf. Wie ich das gerade gemacht habe. Ich kann doch mal gucken. Energy-Drink, was dann passiert. Und, äh, es stört mich auch ein bisschen, dass ich nicht sehe, wie die Energie von meinen Turtles-Freunden oder Brüdern aussieht. Weil, ähm, ich kriege nicht das Gefühl, ich müsste um die Angst haben. Na los. Ey, ich habe Blocken gedrückt. Wieder weg. Ey, das war unfair, das war unfair. Du hast Rauch am Gesang. Ich könnte doch jetzt einfach, ja, scheiße, ich kann einfach auf einen anderen wechseln, das ist egal. Und jetzt ist es doch unübersichtlich, ein bisschen geht nicht mehr. Oh, der hat ja cool Capoeira-mäßig. Alle hauen sie drauf. Also, mal ganz ehrlich, guckt euch das doch jetzt mal an. Das ist doch scheiße, das ist doch. Das ist richtig. Alles klar. Das ist doch ein blauer Grafen. Ich hab' ihn, er schiebt mich. Let's find a way out of here. We need to regroup and figure out what's going on. Okay, das war's jetzt. Jetzt kann ich mir mal die Werkstatt angucken. Alter. Erstes Level hinter mich gebracht. Ich, ähm... Ah, Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich bin jetzt hier voll euphorisch und so und freue mich tierisch. Gravitationshandschuh. Kaufen. Ja. Schwerkraft. Schlägt Gegner vor. Ah, nee, nee. Okay, cool. Kann ich noch was? Hier zum Beispiel... Wenn ich alles hier kaufen kann, ist ja cool. Ah, keine Waffenpunkte. Ich hab' gar nicht gesehen, wo meine Waffenpunkte waren. Aber ist ja auch egal. Ähm... Werte sind mir egal. In Interest im Training ist mir egal. Konzeptgrafiken. Spiele, die Donys angepasste Arcade-Automaten. Was? Was ist das denn? Äh... Oh, da will ich auch mal. Donys Kampf-Simulation im klassischen Arcade-Stil. Yeah, natürlich spiel ich Donny. Okay. Das einfach mal zwischendurch mal. Ah, so ist cool. So ist cool. So mag man die Titles. Willst du den Purple-Dragons? Hey, Turtle, Turtle, Turtle. Woohoo! Ah. Mir klappt komischerweise dann auch das, ähm... Konkan-Gruhe. Zeit für ein Staff-Meeting. Weil ich es besser sehe. Seht ihr das? Also so der Cage-Scheiß mach ich ja dann schon wieder ein bisschen mehr. So, alle kaputt gemacht. Was geht denn hier mit der Stange ab? Ist ja auch eilbar. Aber so muss Turtle sein. Oh, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich erwischt. Bam, kommt noch ein Trick. Wofür? Wie ist denn da? Oh, cool! Seht ihr das? Blocken funktionieren. Bam! Willkommen zur Staff. Der war cool, hä? Der war cool. Das war ein cooler Kombo. Ich weiß ja nicht, wie ich den gemacht habe. Bam. Ein weniger Dragon. Energy. Oh. Ah, hörst du wohl auch mich zu hauen? Also wo ist das Problem? Einfach so eine Cage-Brawler draus zu machen. Das ist doch cool hier. Das geht ab. Der ist schon finito. Du bist noch nicht finito. Jetzt bist du finito. Ich habe gedrückt. Alter. Jetzt wird es kritischer. Du merkst gerade. Es funktioniert nicht so gut wie bei Batman, dessen Konter, sobald man dann zurück, äh, als erstes irgendwie abgehandelt wird. Was? Da hatte Batman echt die bessere... Alter! Ich nehme ihn! Hier geht's! Kaputt machen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich habe nicht mehr viel Energie. Alter, ich bin auf Koffein. Ich bin auf Koffein. Dann habe ich mich schon mal auf Koffein. Ich hab's noch einer Pizzer. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ach, hier heilt sie sofort. Ah, das ist ein Unterschied. Dass ich sie nicht aufheben kann. Das ist ja voll arcade-mäßig, dass da ein Auto langkommt. Ah. Welcome to the Stab. Aber er meint immer den Stab, ja? Heißt der in Amerika nicht... Also jedenfalls hatte ich das immer gedacht, dass das so heißt. Hey, wow. Langsam, langsam. Ich bringe mir die Finger, ich sag's euch. Ich weiß gerade nicht mehr, wie viel ich hier drücke, was ich drücke. Ich bin total fertig. Und es wird auch immer noch ein bisschen stumpf. Ja, man will's kaum glauben, es wird stumpf. Ah, da hängt schon wieder eine Waffe in der Luft. Ärgerlich, sowas. Warm. So, jetzt kann ich die Pizza schroten. Ja, genug Pizzen sind auf jeden Fall da, dass man eigentlich nicht abheben kann. Schade, dass sie sich nicht gegenseitig vermöbeln. Das ist ja auch früher in der Cage-Spiel. Wenn da jetzt irgendeiner zugeschlagen hat und einen seiner Kollegen erwischt hat, dann war das halt so. woher hat er jetzt gerade irgendwie eine Waffe in der Luft. Noch mal ein wenig ab. So, der ist im Arsch. Ich gehe nicht über Bo. Ja, doch, da steht auch Bo. Noch mal, greifen die an los. Okay, da klappt der Konter wunderbar. Level abgeschlossen. Weiter zum nächsten Level, zurück zum Hauptquartier. Ich würde sagen, ein Level machen wir noch. Spiele mit bis zu vier Spielern, Lokal-Acade-Modus, das ist mal verrückte Ninja-Action. Wow. Ich mache ja hier wieder einen einstündigen Test, wie ihr es so von mir kennt. Und ich kann mir gut vorstellen, der Lunke ist auch ein riesen Turtle-Fan, dass der vielleicht sagt, er macht mal mit mir den Zeichenpartner-Fan. Das was wir im Koop testen. Da hätte ich ultra viel Bock zu. Muss ich mir nicht sagen. Also, so ein Turtle-Spiel macht ja auch mehr Bock zu. Das war ja auch schon bei Turtle-Zu-Time so. Ich sehe nichts. Hau mal drauf hier. Ja. Ja, wo ist er? Oh, und der ist auch. All right. Mir fehlt eine Taste, wo ich automatisch irgendjemand nehmen kann. Also, ich kann immer, wenn sie auf den Boden liegen und ich schlage drauf, dann nimmt er die. Ja. Ich kann eigentlich, wenn ich das jetzt gerade hier richtig herausfinde, kann ich die ganze Zeit die Konter-Taste drücken, jetzt mal ohne Flaks. Ich drücke jetzt nur die Konter-Taste und warte. Zieht euch das rein. Das ist mein Idiot. Ein guter Ninja wartet auf den Angriff seines Gegners. Na. Seht ihr, wenn ich einmal selber zuhaue? BAM! Hier komme ich auch noch bei Hilfe. Uff, da liegt er. So, stelle ich mich hier wieder hin und jetzt drücke ich nur die Konter-Taste. Passt auf. Ich drücke nur B. Achso, nee, hier muss ich jetzt schlagen. Aber, okay, nur B, weiter. Na los. Weiter B. Versoril ich die. Da kann man gar nicht so viel falsch machen, nur es geht tierisch auf den, auf den, Knochen. Das dauert ein bisschen länger. Ach, mal ganz ehrlich. Warum soll ich mir den Stress machen und auch noch so tun, als ob ich hier richtig kämpfe, wenn ich die ganze Zeit die Konter-Taste drücke? Go, go, go! Guys, over here! Plank him! Aufhören jetzt hier. Das ist ja auch ein Hetzel. Hey, it's the foot! Ich habe das Spiel schon überlistet. Braucht es euch gar nicht kaufen. Ihr müsst uns nur die Betas drücken. Nee, das ist Quatsch. Also, vielleicht bin ich auch einfach zu alt geworden für diese Art Spiele. Ich weiß es ja nicht. Das kann es ja auch sein. Dass mir einfach so eine Art Spiele nicht mehr Spaß macht, so wie es früher hat. Obwohl ich hatte mit Batman hatte ich auch tierisch viel Spaß. Batman, Arkham City und das Reile. Wie konnte man nochmal so ein Stück packen? Einfach gedrückt drücken oder was? Zack, bumm. Alter, jetzt kriege ich aber aufs Maul. Ach, ich glaube, wenn die gelb waren, sollte man sie zurückhalten. Oder immer wieder drücken. Ich weiß es gerade nicht. Scheiße, hätte ich mal das Story besser gelesen. Und jetzt los. Ach, wir sind beide im Arsch. Das ist eine neue Pizza. Langsam bräuch ich die eine. Ach nee, ich glaube, der gelbe war nur ein Doppelangriff. Da kommt immer noch was nach oder sowas. I can't counter that. Take it! Ah. Ah. Wham! You're dragging a little. Uh oh. Try again. Und grün weiß ich gar nicht. Ah nee, da muss ich ausweichen. Ich bin nicht im Arsch. 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 Lauf weg. Oh. Oh, es gibt keine Pizza. Es gibt keine Pizza. Oh nein, ich bin tot. Ah, nehmen wir mal Leo. Ich schnitzel nicht mehr. Oh, es geht euch durch die Pizza hin. So. Who's next? Oh, es ist so cool. Ich halte gerade die ganze Zeit meinen Controller. Äh. An die Tastatur. Und vibriert immer so schön. Da ist ein Energy Drink drin gewesen. Gucken wir uns mal. kurz schnabulieren. Wie kann ich den auswählen? Ninjas always rise. Los, komm schon. Alter. Das ist doch unfair. Das ist so unfair. Ich will jetzt hier endlich mal... Oh. Ich sehe hier keinen Land. Dann machen wir halt die Kontertechnik. Ja, seht ihr das? Wenn gelb ist... Oh, da muss man auswählen. Und dann wird es zweis. Also gelb sind dann wohl ein oder zwei Angriffe. Eins, zwei... Und dann wird es weiß und dann kann ich... Was ist das? Alles klar. Ja, muss man halt erst lernen, ne? So, aber das Level kriegen wir doch jetzt nicht noch fertig. Das kommt gleich noch. Oh, ein Zug. Was weiß ich nicht. Oh, es ist ein Ninja-Wannabe. Ich will nicht mit Freakern. Alter. Ihr seid ja frech. Hier, da hätten sie sich jetzt gegenseitig abschnitzen müssen. Das ist doch unfair. Oh, der war cool. Konnte er jetzt gerade wieder nicht... Oh, da hätte ich ausweichen müssen. Habe ich auch. Oh, er hat viel Spaß. Aha. Habe aufgepasst. Bin ich da. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe doch irgendwas gesagt von nicht sterben. Hört eigentlich nicht von zu. Da ist er im Arsch. Gibt es hier noch eine Pizza? Hallo, ich habe Hunger auf eine Pizza. Pizza, pizza, pizza. Da ist eine Pizza. Yeah. Und hier vorne gibt es noch eine. Erstmal draufhauen. Und dann gibt es andere Pizza. Erstmal sparsam. Und dann ist es hier. Es funktioniert echt nicht so wie bei Batman. Es funktioniert echt nicht so wie bei Arkham City. Echt, da hast du Konter gedrückt. Sobald du irgendwo gesehen hast, dass einer so einen harten Schlag... Zum starken Schlag... Zum starken Schlag. Oh Gott, ich rede echt ins Müll heute. Wenn er da ausgeholt hat. Und dann ging der Konter immer vor. Das heißt, du konntest bei Batman ja mit bis zu... Ich weiß nicht, 20 Leuten auf einmal kämpfen. Und es war egal. Wenn du einfach das raus hattest mit den Kontern. Ah, fuck. Grün geht nicht. Aber es ist ganz gut, dass ich so eine Cage-Scheiße gespielt habe. Da habe ich ein bisschen mehr raus, worauf ich rausgekommen muss. Aber es ist schon ein bisschen stumm. Schreibt mal in die Kommentare. Was haltet ihr von diesem Spiel hier? Findet ihr es gelungen? Findet ihr es wohl? War das richtig? Was denkt ihr über dieses Spiel hier? Seid ihr selber Turtles-Fans? Was ist ein bisschen mehr Turtles-Fans? Alter, ich habe auf Block gedrückt. Ich stößt. Alter, es geht auf. Alter. Aber gleich sind die wenigsten in meiner Geschichte. Ah, beide. Ja, langsam wird es eng. Dann gibst du noch die zweite Pist aneinander. Du solltest zurückgehen. Echt? Vater wird mich glücklich, wenn ich dich verletze. Oh, ich bin gleich tot. Ich weiß es. Okay, das ist ein bisschen viel. Nach dir! Okay, ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Alter, hallo. Komm mal klar. Eure Eckberate, was soll denn das? Alter. Vater? Ist das irgendwie die Tochter von Schröder? Alter. Du bist weck. Komm, find mich. Ah, ich will nicht in der Spiel bleiben? Ah! Was? 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 Ich denke nicht, ich rake hinter von der alten. Aha. Mehr Thriller. Das wäre wieder, zuh. Nein, noch nicht. Down they go. Butch, take them out! Do you really work for Shredder? So this is like strategy, right? You are weak. Ey, ich hab geblockt. Jetzt geht rauf, alte Schrammelle. Was soll das? Father will be pleased when I defeat you. Sie redet ja mal von Ihrem Vater, das wird doch Shredder sein. Keine Pizza, keine Pinde, keine Kepse. Surprise! Dance, Turtles! Die Grenade packt eine. Come find me. Wow, she's elusive. Father will be pleased when I defeat you. Jetzt aber. Oh. Alter, gehst du mir auf den Sarg. You're dragging a little. Staff King, go! Oh, der liegt auch schon. You are weak. Watch this. Staff King, go! Wham! Vielleicht sollte ich auch mal einen wirr. Oh, da liegt sie. Da liegt sie. Da liegt sie endlich. Oh, war das anstrengend. Alte Scheiße geht mir das auf die Finger. Kampagne, um den nächsten Level freizuschalten. Ach Mensch, das war's dann auch. Der weckt das Ninjas. I'm a Ninja. So, meine lieben Freunde. Das soll's gewesen sein. Der erste Einblick ins neue Turtles-Game. Aus den Schatten. Wie heißt das so? Aus dem Schatten. Aus dem Regen in die Traufe. Ich weiß nicht mehr, wie's heißt. Ist ja auch egal. Ich hoffe, euch hat dieses einstündige Video gefallen. Wie gesagt, ich hoffe, ich krieg einen der Impulse-Jungs ran. Dass wir mal hier ein Koop-Game rausmachen können im nächsten Part. Ähm, schreibt mal wirklich, was ihr von dem Spiel haltet. Also, meine Meinung hab ich ja, glaub ich, oft genug kundgetan. Ähm, tja. Mehr gibt's nicht zu sagen. Holt rein und bis der Ende. Ciao, ciao! Das ist wirklich hilfreich personlich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.